Ja. Ich wollte eigentlich mal was anderes nehmen als die Geschichten da immer. Auch wieder wahr. Da hast du recht. Sag mal, immer Ibuprofen oder Paracetamol ist glaube ich auch nicht gut. Mhm. Ja, vorhin habe ich noch ein Erkältungsblatt gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte es tatsächlich gestern, gestern war ich ja ganz normal am Arbeiten. Das haben mich gestern Abend tatsächlich erwischt. Ich weiß nicht warum. Ja, Hausmüll. Ja, was heißt Hausmüll? Tee und sowas. Trinke ich auch. Das Problem ist halt immer Hausmüll. Ja, Hausmüll können helfen, können aber auch nicht helfen. Ja, benutze ich aber auch. Sowas wie hier inhalieren und sowas mache ich auch. Mhm. Ich dachte, dass es gut aussieht. Macht auf jeden Fall schon Muskel. Aber ich schätze mal, du möchtest dann das schräge Dach hier dann auch weiterführen, oder? Zwischen den Böden. Das warm ist Bier, ja. Wenn ich mal viel Bier trinken würde, dann würde ich das ja doch machen. Ich bin nicht so der Biertrinker. Ich trinke zwar Bier, klar, aber ähm, seltenst zu Hause. Also seitdem ich meinen Sohn habe, sowieso ganz sehen, dass ich mal was trinke. Gerade zu Hause. Ich weiß nicht warum, aber seitdem mein Sohn da ist, habe ich da irgendwie nicht immer so die, ich sag mal die Lust zu, ähm, Alkohol zu trinken. Gerade vor dir in seinen Augen. Mhm, ja. Ah, was fehlt? Blazerot. Ich mach erstmal in der Korne. Hey, 37 Blazerot. Nehmen wir doch gleich mal mit. Na, Enderman, alles klar. Oh, hab ich die angeguckt? Oh, schlimm. Ja, hallo. Äh, also. Ne, so nicht. Tö. Sachen gibt's. Zwei Ender-Chests, bitte. Oh, danke schön. Auch nicht. Hm? Autopor, oder? Da hätte ich nur gerne einen Export-Bus. Hm. So, ist die Frage 7 von 8. Wenn ich jetzt da nochmal eine Kiste hinpacke, können wir hier keine Dinger mehr entstehen. Egal. Egal. Natürlich falsch rum. Halt, ne. Richtig rum. Halt, ne. Halt, ne. Richtig rum. Halt, ne. Richtig rum. So. Ach, schmarrn. Mal was, ne. Ups. Ähm. Ähm. Ich war's nicht. Hm. 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 Was ist hier so gesagt? Also, dann... Dann mach ich mal diesen... Leilorium Output, äh... Was haben wir denn noch für Farben da? Hm. Magenta. Genau. Hm. Passt aber nicht. Hm. Was ist hier? Magenta. Genau. und um das ganze chaos noch perfekt zu machen hätte ich gerne extrakt auf blau ja es aussieht noch ist ja gut dann baue ich das kabel dann machen wir den ins wird halt ja so das war jetzt hinten rot genau geht doch gut wird jetzt schon mal automatisch gebrennt das schmeißt wieder eine mit sachen um sich genau dann möchte ich mal ein neues rezept und zwar extrem reaktor man sollte die richtige taste drücken und zwar da war doch das mit diesem halt genommen diesem core casing das ist eisen redstone und graffit graffit muss man dann auch noch automatisieren gut das könnte ich eigentlich ein lösenhalter passen ja dann hätte ich gerne kohle haben wir ja ein bisschen was man das klammer da oben rein na ich krieg ganz ich krieg ganz leichter nicht die importe sind viel zu schnell beziehungsweise das interface ist viel zu schnell ja so und mit briggs guten abend leo hof guten abend so du kommst da rein sehr gut habe ich eigentlich nicht schon die terminals automatisch genau wir haben sogar noch zwei kraften terminas dran läuft na ja wo ist jetzt das gut einmal du dann das casing geht ach so da muss man ja da muss man ja das einmal gebaut haben dass die rezepte funktionieren so casing natürlich glas selbe fehler noch mal selbe stelle selbe wille genau mach doch gleich mal 100 sagt okay sings da haben wir erstmal ein bisschen was ich gucke ich gucke ich gucke nur so der normalen redflux power tesla haben wir ja noch nicht ein access port da fehlen die pistons also wir haben ja nur ein prozesse da oben stehen kurz warten dann schmeißen das doch mal da so dass jetzt die pisten zerstören lassen dankeschön zu glücklich ja das war dann eigentlich rednet port geht ja noch nicht beziehungsweise doch näher es dann pro das ja so kann man kürzen die haare ja guck mal was du da gebastelt hast doch schlecht aus ok 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 nochmal noch ein kleineres dachgeschoss oder ein dachboden besser gesagt ist gut wo kann ich denn jetzt noch mal zwei kraftigen terminal sind pflanzen ohne dass es irgendwie komplikationen gibt du bist voll du bist voll du hast 17 von 32 das könnte ich hier oben anzünden könnte er wenn ein kabel weiter vielleicht merkt quatsch ich heute etwas mehr um den leichten die stimme muss geschont werden na ok läuft passt 18 von 32 sehr schön das ist es ja keine ahnung wo man das andere hinhängen könnte ich wollte ja das ist dann immer alles benutzt wenn ich den platz hätte ich habe die ganzen dachkonstruktionsteile in der tasche kurz gucken wie schaut es denn bei dem hat ja gut da kann man ja das ach man muss doch einfach so nicht lang schnacken wie reimt sich das jetzt dass deine maut erstmal dass da jetzt reinkommt zum stück von der mauer raus gehauen hat egal so reaktor ach ich habe das wichtigste vergessen die rotz ja und die controller ja man kann da nichts funktionieren aber ich habe schon gesagt jetzt machen Wenn man ein Loch in der Wand macht, heißt das Durchbruch, das stimmt nicht. Aber er sucht ja was zum Reimen auf, auf Schnacken. Genau. Dass das Durchbruch heißt, weiß ich. Ähm, ja. Immer diese Militanten, keine Ahnung. Du kannst aber nicht die Militanten schwarzen Leute. Militanten Schreihölze. Na gut, das kann man nehmen. Ja. So, Gas Upgrades. Kommen wir für Gas. Iron, okay. Wollen wir kurz truschen. Mhm. Jo. Also nochmal Reaktor. Ich lache schnacken. Und dann was? Loch in die Wand lachen? Dann passt das nicht. Genau. Ich möchte, dass es passt mit Loch in die Wand schlagen. Ja, Loch in die Wand hacken. Genau, Loch in die Wand hacken. Natürlich passen. So, da haben wir schon ein bisschen Gelumpe. Tschüss, tschüss. E-A-K-Nach. Und danach wackeln. Und danach wackeln. Und danach wackeln. Und dann wackeln. Ja. 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 Ja.